Bei Gutachten, Verbot der Delegation, der Exploration auf eine Hilfskraft. Ein Thema, das seit vielen, vielen Jahren in der Rechtsprechung unangefochten gilt. Und trotzdem erlebe ich in letzter Zeit im Familienrecht immer häufiger, dass es anders gehandhabt wird. Welche Konsequenzen dies hat und was das mit der Entscheidung des Kammergerichts Berlin zu tun hat, das erkläre ich euch in diesem Video. Wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr auf familienrecht.aktivnews.tv, dem YouTube-Kanal, hereinschaut. Mein Name ist Michael Langhans und ich freue mich, wenn ich euch ein paar Dinge beibringen darf. Gutachten sind ein Thema, das wir hier auf dem Kanal eigentlich immer wieder haben. Da passieren viele komische Dinge, die Mindestanforderungen, die schon lang Gesetzestext sein sollten, werden ignoriert. Hausgutachter stehen in der Hierarchie über guten Gutachtern und über Rechtspsychologen und all diese hanebüchernen Dinge. Letztens hatten wir die Entscheidung des Kammergerichts diskutiert, die verbietet quasi den Beweis zu führen, dass der Gutachter die Unwahrheit sagt. Und nun diese Situation. Eine Person wird zum Gutachter benannt und sagt, ich habe keine Kapazitäten, aber mein Adlatus, mein Mitarbeiter, mein Angestellter, mein Freund kann das Gutachten ausführen. In einem rechtsstaatlichen Verfahren muss an dieser Stelle der Beweisbeschluss geändert werden, auch damit alle Beteiligten die Chance haben, dieser Änderung zu widersprechen, die Kompetenzen anzuzweifeln oder ähnliches. Im Familienrecht, wo die Uhren ja bekanntlich anders ticken, findet es aber manchmal anders statt. Da wird es dann einfach das Gutachten durch eine andere Person erstattet und der ursprünglich Beteiligte und den Beweisbeschluss genannte Gutachter unterschreibt das Ganze aufgrund eigener Kenntnis. Das ist falsch. Es ist seit vielen, vielen Jahren bekannt, dass das Gutachten nur von der Person ausgeführt werden darf, die im Gutachten auch benannt ist. Eine Hilfskraft darf nur untergeordnete Tätigkeiten, zum Beispiel einen Fragebogen hinlegen, damit er ausgefüllt wird, wenn das nach den entsprechenden Fragebogenkriterien zulässig ist, Kaffeekochen ins Besprechungszimmer führen und ähnliches. Das tatsächliche mit dem Ergebnis in Einklang zu bringen, der relevante Aspekte darf eben keine Hilfskraft machen oder anders formuliert der Beweisbeschluss muss entsprechend umformuliert sein. In dem Fall, den ich beschrieben habe, ein fiktiver oder auch nicht fiktiver Fall, schauen wir mal, was auf dem Kanal in den nächsten Wochen kommen wird, war das ganz anders. Da hat der Sachverständige gesagt, ich möchte das so handhaben, ein Verständnisgericht ist vorausgesetzt. Und dann ist nichts mehr passiert. Ich kenne es anders, die Landessozialgerichte in München zum Beispiel. Das arbeitet immer so, dann gibt es einfach einen neuen Beweisbeschluss, Problem gelöst. Hier in diesem Fall war es aber so, es hat sich nichts geändert und dann wird argumentiert, ich habe einen Konkludentenbeweisbeschlussänderung durchgeführt, Problem BGH sagt, das muss schon den Parteien mitgeteilt werden, denn auch hier muss ich ja wieder die Möglichkeit haben, mich zu wehren. Doch was ist nunmehr die Quintessenz und was verbindet das Ganze zur Kammergerichtsentscheidung? Ganz einfach, die Schweigepflichtverletzung. Wir haben hier ein nicht öffentliches Verfahren. Das heißt, eine Person, die nicht im Beweisbeschluss steht, darf weder die Verfahrensakte bekommen, noch explorieren. Noch habe ich da natürlich auch die Möglichkeit, irgendetwas zu handhaben. Das muss man an der Stelle einfach wissen, weil man auch wieder sieht, wie der Staat versucht, sein Gutachterwesen zu schützen, koste es, was es wollte. Dabei verkennen viele, dass Rechtspsychologen wirklich erheblich bessere Gutachten schreiben als das, was da draußen so kreucht und fleucht und sich Gutachter nennt. Für mich eine klare Rechtslage, die aufgehebelt wird, um eben rechtlich doch wieder vorwärts zu kommen in die Richtung, die man schon immer haben möchte, dass die Gutachten nicht geprüft werden können. Dankenswerterweise, das Kammergericht hier den Fehler gemacht, im Hinblick auf Zeugen, aber die Rechtssituation zu einem nicht im Beweisbeschluss stehenden ist genau das Gleiche. Da ist nichts Besseres als ein Zeuge, sogar noch eher weniger. Der Hinweis auf 203 StGB, wenn ich es richtig im Kopf habe, macht deutlich, dass hier strafbare Handlungen erfolgen. Die Rechtsprechung ist da eigentlich auch bekannt, wenn man hier so reinguckt. In dem zitierten Beschluss des Landgerichts Nürnberg war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss man dann die Vergütung zurückzahlen und es wird ein neues Gutachten durch eine neutralen Person gehandhabt. Wenn es, wie es immer mal wieder vorkommt, durch ein Oberlandesgericht, dann doch anders handhabt, indem man dann einfach den Beweisbeschluss rückwirkend ändert nach der Stellung des Gutachtens, dann ist damit das strafbare Verhalten nicht geheilt und man spielt da mit der beruflichen Existenz des Gutachters, wobei sich mein Mitleid in Grenzen hält. Quintessenz-Fazit. Das Verbot der Delegation der Exploration im Gutachten gilt uneingeschränkt, ohne eine Änderung des Beweisbeschlusses, die den Parteien rechtzeitig mitgeteilt wurde, sodass sie sich darauf hätten einstellen können, kann eine solche Begutachtung nicht stattfinden und kann sie vor allem auch kein Ergebnis haben, das wie auch immer geartet verwertet wird, weil strafbare Handlungen vorliegt. Wer etwas anderes behauptet, der dehnt das Recht, um nichts zu sagen, steht an der Klippe zur Rechtsbeugung. Wenn ihr vergleichbare Fälle habt, diskutiert es mit mir einfach unten oder auf der Webseite. Für aktive News, euer Michael Langhans.